Mit welchem Filtersystem arbeitet ihr? Dejojo hat ein rohrleitungsfreies Filtersystem 1983 patentieren lassen. Die Dejojo-Filtermembran, die darf ich Ihnen kurz vorstellen. Sie haben auf der rechten Seite des direkt am Pool befindlichen Filters einen Vorfilterkorb und darunter dann die Dejojojo-Filtermembran, die bis zu 6 µm, also Staubkorn groß, das Wasser filtert. Wie oft muss ich den Filter denn auswechseln? Den Filter wechseln Sie, wenn er direkt ist. Dann wechseln Sie bitte Maximum einmal die Woche, je nach Verschmutzungsgrad. Und müssen Sie nicht wechseln, nur absprühen oder in der Waschmaschine reinigen bei 30 Grad. Und mehr braucht es nicht. Auf der daneben liegenden Seite haben Sie den Pumpenbereich, in dem die Pumpe das Wasser einzieht und wieder zurückspult. Der ist nicht mehr an der Kanalisation dran? Der Filter ist nicht an der Kanalisation angeschlossen. Das heißt, Sie sparen sich die Abwassergebühren und können somit eben ökonomisch und ökologisch einwandfrei arbeiten. Eben nicht einmal der Kanal-Locken Ein Nein